Musik Die Geschichte einer ungarischen Familie aus der serbischen Volverdina. Und ich möchte allen danken, die wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Büchern und Joghurt. Deswegen bitte ich Sie um Nachsicht, wenn ich diese kurze Öffentlichkeit dafür nutze, mich kurz zu echauffieren. Und ich möchte die Geschichte einer ungarischen Familie aus der serbischen Volverdina. Und ich möchte die Geschichte einer ungarischen Familie aus der serbischen Volverdina.